Schlitten, ich schau auf! Du fettes Schlitten! Gerne, Johnny Jumper! Wenn Lukas den Schlitten nimmt, dann geht es nicht so. Komm, ich versuch's nochmal! Was? Du bist voll die Bämme, man! Ja, ich flieg hier voll vom Pott. Ja, flieg's eben! Wie ist das? Nicht! Ja! Juhuu! Ja, da haben wir Pott. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das?